Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Mist Survival. So. Lass mal gucken. Hier, okay, hier steht unser Auto. Ist da noch irgendwas drin? Ach nee, unser Auto steht ja in der Garage. Was brauchen wir denn hier noch? Ähm, Steine brauchen wir da noch. Oh, hier haben wir so viel Fleisch noch. Das müssen wir alles einsortieren. Wäre schade, wenn es kaputt gehen würde. So, eine Axt, Bandagen, Zündkerze. Die Zündkerze können wir eigentlich dann hier dazu tun. Hier bräuchten wir echt noch so ein Locker. Fleisch, Fleisch, Fleisch und Fleisch. Ein Hammer. Pfeile, das, 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 das. Ach du Scheiße, wir haben so viel Zeug, äh. So, was brauchen wir da noch? Da brauchen wir auch noch acht Steine. So, ich guck mal eben kurz hier. Hier haben wir das drin. Boah, wir müssen das alles erstmal sortieren. Ähm, da, da können wir erstmal das dazu tun. Da haben wir auch noch Autosachen. Eine Batterie. Hammer, das, 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 das können wir eigentlich alles, den Messer können wir eigentlich oben reintun. Ähm, hier könnten wir eigentlich echt das Fleisch reintun. So, das, 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 das hier. Hunger und Durst zieht momentan echt gut aus. Passt direkt rein, das ist gut. Wo haben wir denn die Dosen reingepackt? Ähm, wir müssen echt mal richtig sortieren. So, ich geh mal ganz kurz hoch. So, hier können wir dann die Messer, Messer, Messer machen wir mal ganz unten hin, würde ich sagen. Messer, Messer. Messer, Messer. Messer, 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 Messer. Ähm, supi. Hier, hier, hier war das. Noch einen nebendran, würde ich sagen. Wir haben so viele Autoteile mittlerweile. Geht das? Okay, hier, Blaze Item. Start Build. Okay, wir brauchen Metal, Scraps, Component und Wood. Gucken wir da noch was. So, das müssten wir doch aber eigentlich alles haben. Ne? Hier haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. Ähm. Wood. Wooden Scraps. Components. Components. Wo haben wir denn das ganze Zeug hin? Ach, da hinten. Ne? Also hier oben. Pfeile. Metal Scraps. Da haben wir die rein. So. Wir brauchen noch Wood. Habe ich hier eine Säge drin? Ich gucke gerade mal. Wir brauchen unbedingt noch Holz. So. Okay. Na komm. Ich will heute unbedingt mal in den Banditenlager. So. Okay. Den haben wir. Pick up Locks. So. Was kann man dann brauchen? Normales Wood, ne? Moment. Ne. Ich will kein Basic Fire machen. Äh. I. Hier normales Wood. Ich mach mal acht Stück. Oh. Fuck. Tschüss. Das sind Bandagen. Bandagen. Dann können wir die Flaschen hier rauspacken. Boah. Der Nebel nervt echt ab. Hier haben wir noch ein Messer. Die können wir auch oben reinpacken. Dann haben wir mal hier die leeren Flaschen rein. Noch ein Messer. Die leeren Flaschen nebendran. Sortieren wir halt ein bisschen, bis der Nebel weg ist. Zucker und Salz. Hä? Warum saft ihr denn jetzt? Wir brauchen unbedingt Steine, Alter. Müssen wir uns dann echt mal auf die Suche nach Steinen machen. Okay. Jetzt haben wir alle Messer hier drin. Ähm. Die Grover bitte ich behalten. Eine Axt können wir hier rein machen. So. Wo sind sie denn? Ernie. Bert. Wo seid ihr denn? Da ist Ernie. Scheiße. Ich hab unten die Tür aufgelassen, glaub ich, ne? Oh, fuck. Ah ne, ich hab zugemacht. Gut. Ich dachte schon. Hallo Ernie. Na, wie geht's denn so? So, das brauchen wir. Hier könnten wir dann... Pfeile, Kartoffeln... Ähm... Ja, ja, ist ja gut. So. Da ist noch einer. Da ist einer. Wie viel sind das? Sind das jetzt mehr geworden? Einer. Zwei. Ach du Scheiße, das werden ja immer mehr. Da sind zwei, drei. Sind mittlerweile jetzt drei Stück, Alter. Sonst noch irgendwo einer hier? Hallo. Er hat Saft. Er kann nicht aufs Bett springen. Pussy. Okay, wir brauchen vier Nägel und einen Hammer. Dann haben wir den Hammer... Hammer, haben wir da. Nägel. Hammer. Ach du Scheiße. So. Hallo. Wom geht das nicht? Welche Taste? Was war doch F? Was kann ich denn hier herstellen? Nägel. Leder. Matches. Small Animal Trap. Knife. Warlight. Okay. Alter. Ist ja jetzt gut, oder? Also der Nebel ist schon ein bisschen nervig. Der braucht echt lang. Hier haben wir noch zwei Components. Dann können wir hier die Nägel reintun. Die Säge brauchen wir. Wir müssen noch Wood machen. Hier könnte man echt einen Medizinschrank draus machen. Bandagen hier hin. Okay, warte mal. Was habe ich unten in der Küche? So, dann machen wir da oben echt so eine Art Medizinschrank draus. So, das heißt, wenn wir dann verbundet sind, können wir dann unsere Sachen da holen. Oder mal Bandagen craften und so weiter. Hier. So, dann das drinnen. So, dann das drinnen. So, dann das drinnen. So, 8, 8, 8. Alter, der Nebel ist richtig laut, Mann. Okay. So, das haben wir, was haben wir da drin? Da haben wir Essen und Trinken drin. Das können wir rausholen. Können wir die stacken? Nö. So, die Wasserflasche nehmen wir raus. Die machen wir da mit rein. Dann machen wir hier überall, hier nur Dosen rein, würde ich sagen. So, hier Dosen, Dosen, Dosen. Alter. Hört jetzt heute auch nochmal auf. Da haben wir Wood drin. Da ist das. Da haben wir nichts. Da haben wir doch noch Wood. So. Oder war auch so Scrap Metal drin. So, ich gehe jetzt aber hoch und mache das da oben. Hier. Da haben wir das Wood. Hä? Ich habe doch ein... Ach, ich habe Firewood. Okay. Ähm. Dann packe ich das Firewood hier rein. Ähm. Die Shotgun-Money behalte ich natürlich. Alter. Weg sind sie. Okay. Die sind einfach zusammengebrochen und weg. Wo haben wir denn? Okay. So. Das, 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 das. Okay, wir brauchen noch ein Holz. War nicht noch... War hier nicht noch irgendwo Holz? Na gut, dann müssen wir den hier weg machen. Holz werden wir eh noch eine Menge brauchen. So. 38 Grad ist. Heftig. So, hier, 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 hier. Baumfeld. Kann ich mich erschlagen. So. Ähm. Was war das? I. Wood. Komm mal mal. 12. So, ich hoffe, der Nebel kommt jetzt nicht mehr. Das wäre nämlich richtig mies. So. Dann machen wir den hier jetzt erstmal fertig. Tak, 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 tak. So. Hier haben wir noch Platz. Da kommt noch eine Batterie rein. Und noch eine Batterie. So, eine Zimt... Zimt. Ähm, eine Zimtkerze. So. Hier, da brauchen wir echt noch Steine. Wir müssen echt mal auf Steinjagd gehen. Ah, da sind die Loks. So. Gibt es hier irgendwo Steine? Stein. Da kommen Zweige brauchen wir auch noch. Okay, wir brauchen was zum Trinken. Ähm. Natürlich haben wir nichts dabei. Scheiße. So. Okay. Dann machen wir das hier erstmal. Oder... Warte mal, kann ich hier irgendwie einen Quillstand? Man kann doch einen Quillstand machen, ne? Warte mal. Kann man das hier machen? Ähm. Lockpick. Wie kann man denn den Quillstand hier machen? Ähm. Basic Fire. Ja. Hat da Quillstand, okay. So. Hm. Okay. Wir müssen trinken. Ähm. Hier haben wir unser Trinken. Drink. Boah, essen müssen wir auch was. Ist mir hier so ein Schokoriegel. Was wird dunkel? Scheiße, ich brauche Steine. Müssen sie Fleisch schmelzen. Ähm. Bratnötel schmelzen. Stein. Steine. Der findet man hier irgendwie voll schwer in dem Spiel. Believe. Na komm, wir müssen doch irgendwo Steine geben. Stein. Wäre cool, wenn man das, ähm... abbauen könnte. So wie Minecraft. Da läuft. Da. Was sonst gibt's hier echt nichts? Hier vielleicht noch ein paar Steine. Hm. Was ist denn das? Hier weiß ich ja noch gar nicht. Oder? Empty Bottle. Doch, hier waren wir schon. Okay, Koffer. Ich will mal was probieren. Hallo? Hallo? Geht das nett, oder was? Na komm. Okay, doch, den können wir mitnehmen. Nice. Den können wir uns dann irgendwo reinstellen. Haben wir mehr Platz? so. Blueberry. So. Na komm. Cool. So, ähm. Na komm. Wir müssen dann langsam auch mal wieder schlafen gehen, weil es wird ja jetzt dunkel. brauchen halt noch unbedingt Stein, ne? Wir brauchen halt noch unbedingt Stein, ne? So. Hallo? Rein hier. Ähm, komm. Krieg ich den hier hoch? Scheiße. Ich glaube, ich glaube, den kriegen wir gar nicht hoch, ne? Ne. Gut. Na komm. Hallo? Ist der jetzt festgepackt? Ich stelle mich einfach da hin, oder? Hier so in die Ecke. So. Da haben wir da auch noch ein paar Sachen, was wir reinmachen können. Hier. Okay. Quillstand. Ähm. Wir brauchen noch drei Steine. Scheiße. So kann ich ihn jetzt aber erst mal schlafen. Ich würde mal sagen, um 10 Stunden. Boah, unser Hunger ist echt im Arsch. So. Immer noch dunkel. Okay, gehen wir noch drei Stunden schlafen. Hoffentlich hungern wir jetzt, ne? Sechs Uhr. Okay. Jetzt wird gleich Tag. So, jetzt wollen wir ganz schnell was essen. Äh. Trinken. Und essen. Was ist das? Beefbacon. Lecker. So, und dann trinken. So. Das nehme ich mit. So, jetzt brauchen wir immer noch Steine. Gib mir Steine. Ja, ja. Das können wir später holen. Steine sind jetzt erst wichtiger. Fünf Schuss, elf Schuss. Für die Schrotflinde haben wir eindeutig am meisten Schuss. Äh. Äh. Fick dich. Junge. Blödes Arschloch. Wo kommt der denn her? Schuss. No tool. Scheiße, wir haben kein Messer dabei. Okay. Man, ich brauche doch nur scheiß Steine. Stein. Komm, noch zwei Steine. Einstein. Einstein. Jawohl. Wir haben Einstein gefunden. Den guten Albert. Ich würde das echt hier gerne reparieren. Ist ja aber blöd, dass die Tasten nicht angezeigt wird. So, komm. So. Warte mal, move. Move. So, Blaze Item. Okay. Campfire. Interact. Starter Tinder. Fuel. Ähm, so. Was ist denn das? Das ist Animal Fat. Okay. Hier haben wir das. Wir hatten doch irgendwo Woodfire. War das hochgepackt? Ah, hier war das, ne? Genau, hier haben wir Woodfire. Dann können wir das alles mal da reinpacken. So blöd, dass man das nicht stacken kann. So. Damit können wir dann nämlich Feuer machen. So. Okay. Campfire. Ähm. Die Borgel kann als Anzünder... Starter das... ...Gekneit. Hallo? So, das war's mit dieser Folge Mist Survival. Ähm, wir haben den Bär getötet und endlich Fleisch. Ähm, wir haben ein bisschen was sortiert. Muss ja auch mal sein. Ordnung muss ja sein. Ordnung ist das halbe Leben. Ähm, wir müssen das auf jeden Fall alles noch ausbauen. Und der blöde Bär hat uns ja angegriffen. Aber das ist gut, ey. Wir haben auch Fleisch und Fett. Und vielleicht auch ein bisschen Leder bekommen. Äh, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Das war eher Glück, dass wir überlebt haben. Weil ich hab ihn echt spät gesehen. Ähm, so hab ich jetzt auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö.